Guten Tag, Herr Wilhelm. Ich begrüße Sie hier zu diesem kleinen Interview vor der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Oldenburg. Uns wurde erzählt, dass Sie die Uni mitgegründet haben, was auch ein sehr interessantes Thema ist, was auch das Leben in Oldenburg wahrscheinlich sehr doll verändert hat für die etwas Älteren. Ja, und das passt auch ziemlich gut zu unserem Thema des heutigen Tages, nämlich Demokratie und Teilhabe. Und zu diesem Thema haben wir auch heute Morgen ein kleines Zitat bekommen. Das ist, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Würden Sie sagen, dass das auch ein bisschen Ihre Motivation für die Gründung der Uni geweckt hat? Ja, erstmal vielen Dank überhaupt für die Einladung und auch vielen Dank, dass ihr beiden euch bereit erklärt habt, hier mich zu fragen. Also, jetzt haben Sie mich gesiezt. Muss ich jetzt auch Sie siezen? Nein, müssen Sie nicht. Dann wäre es aber besser, wenn ihr mich vielleicht auch duzt. Also, von daher wäre das schon mal eine Frage, die immer so ein bisschen unser Gesprächsablauf auch prägt. Zu der Frage, ob ich damals, das ist ja jetzt lange, lange her, das war am 1. August 1971, habe ich dort beim Gründungsausschuss der Uni Oldenburg angefangen. Also, es sind exakt 50 Jahre her. Mein Gott, ist das alt. Und ihr wisst vielleicht, ich war damals 25, also ich bin heute 75 und gucke jetzt noch mal nur durch euch. Gerne habe ich damals die Uni gegründet. Es ist jetzt nicht so, dass das meine Idee war. Nein, das war nicht meine Idee. Das war die Arbeit der Pädagogischen Hochschule. Die Pädagogische Hochschule gab es schon an der Ammerländer Heerstraße. Kennt ihr vielleicht diesen Flachbau dort. Und da waren die Studierenden der Pädagogischen Hochschule und die Lehrenden der Pädagogischen Hochschule. Die wollten gerne aufstocken sozusagen, auch natürlich in ihrem Status aufstocken und eine schöne Uni haben hier in Oldenburg. Und ich hole jetzt ein bisschen, oder soll ich jetzt erst mal die Frage beenden, was das mit Demokratie zu tun hat, hatte ich jetzt noch gar nicht erzählt. Es war der Wunsch, dass es eine demokratische Uni wird. Und Demokratie hieß natürlich für eine Universität in erster Linie, wer wird beteiligt an der Gründung und wer macht das hier? Also das waren schon wichtige Entscheidungen, die anstanden. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich höre jetzt erst mal mit dieser Frage auf. Sonst quatsche ich hier ohne Ende und das wird dann langweilig. Wer, also unser Spruch des Tages lautet, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Würden Sie sagen, dass das auch Ihre Motivation war? Ja, auf jeden Fall. Das war auch meine Motivation. Ja, ja. Ich bin ja auch in der Demokratie da groß geworden und wachte dann in der Diktatur. Also für mich war es eine Diktatur, weil ich dann überwacht wurde vom Verfassungsschutz. Ich wurde auch ganz persönlich überwacht. Das habe ich mal mitbekommen von einer Kollegin. Wurde ich persönlich zugeordnet, weil die mussten ja überprüfen, ob ich mich da radikal irgendwo betätige. Und ich bin dann da aufgewacht, bin dann aber bei der Demokratie, würde ich mal so für mich sagen, geblieben. Als wie radikal wurde denn damals das Engagement angenommen und was war daran unerhört? Das ist eine sehr gute Frage, die ich kaum beantworten kann, weil das müssten die beantworten, die das wichtig fanden, uns zu überprüfen. Also es war in erster Linie ging es gegen Linke. Da ist ja immer die Frage, gegen wen richtet sich das? Also die Linke Ideen hatten es. Es gab ja damals, müsst ihr euch vorstellen, auch noch die DDR gab es ja. Und wer da dann auch nicht so ganz ablehnend gegenüber dem Geschehen in der DDR war, der war einfach radikal. Der wurde radikal hier genannt. Und der Erlass, den es ja gab, der Überprüfung von Tausenden von Menschen, die sich für den öffentlichen Dienst interessierten, also dieser Erlass, wurde ja radikalen Erlass genannt. Also insofern stimmt dieser Spruch. Und wenn du nochmal in die 70er Jahre zurückblickst, wie hat die ganze Gründung die Oldenburger Bürgerschaft beschäftigt? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal behaupten, jetzt ganz frech und auch ein bisschen radikal, Oldenburg wollte diese Uni nicht. Ja, und wer ist das so, der sich überhaupt dazu geäußert hat, das sind schon Bildungsbürger gewesen. Und es gibt einen wunderbaren Film, am liebsten hätte ich den ja auch mitgebracht, den könnte ich euch mal zur Verfügung stellen, wo das deutlich wird, wo wirklich, vom Südwestfunk gab es da einen kleinen Film, Viertelstunde. Und zum Glück habe ich diese Aufnahme und die also sagten, wir wollen diese hier nicht. Was soll das mit der Uni? Wir wollen nicht die Uni. Das waren die Bürgervereine. Damals gab es ganz starke Bürgervereine, die auch politisch hier was zu sagen hatten. Heute kennt man die gar nicht mehr, die Bürgervereine, wüsste ich gar nicht, wer in so einem Bürgerverein ist und was die machen. Damals waren die ganz aktiv und wollten diese linke Kaderschmiede, so hieß das dann, linke Kaderschmiede nicht. Dann mache ich jetzt mal weiter. Wie bist du in diesen Gründungsausschuss bekommen? Wie kommt man da auf die Idee? Also du meintest ja gerade eben, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, aber wie bist du auf das Thema gestoßen, so eine Uni zu gründen? Ja, also ich bin ja Verwaltungsbeamtin, Diplomverwaltungswirtin und hatte einen stinklangweiligen Job. An der Bezirksregierung hatte ich einen stinklangweiligen Job und also fragt mich was anderes, wie ich da drauf gekommen bin, wo ich das gelesen habe. Wahrscheinlich in der schönen Nordwestzeitung, die es wohl damals auch schon gab. Ich meine, wir reden jetzt von vor 50 Jahren und sich daran zu erinnern, das ist für mich auch nicht so einfach. Also ich kann es nicht genau beantworten, aber ich habe es mitbekommen und habe mich auch dann gekümmert. In der Pädagogischen Hochschule habe ich dann ein paar, da konnte man einfach so reingehen, Seminare besucht. Und habe dann gedacht, ja genau hier, daraus muss jetzt eine Uni werden und ich werde mich da bewerben. Die hatten gerade angefangen mit der Gründung. Also ich wäre jetzt nicht eine Gründerin der ersten Stunde, aber der ersten Bewegung, weil es musste ja erst anfangs, ging im März 1971 los, gab es den Erlass von Hannover. So etwas wird ja auch von Hannover gesteuert und dann mussten die den Gründungsausschuss bilden und dann musste der Gründungsausschuss eben eine Leiterin des kleinen Planungsstabes, so hieß das damals. Das wurde gesucht, eine Leiterin des Planungsstabes. Und da habe ich gedacht, das ist ja was, das kann ich ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Ich wusste auch nicht, wie man so eine Uni gründet oder wie man das überhaupt veranstaltet oder was da zu tun ist. Aber es hat mich sehr interessiert vom Thema her, haben mich beworben und haben die mich tatsächlich genommen. Und wie hat dich die gesamte Gründungszeit geprägt und hast du selber eine Veränderung deiner Person wahrgenommen? Ja, geprägt hat mich das sehr, sodass ich bis heute dazu sehr stehe, was da gemacht wurde und dass das alles richtig war und dass das, auf deine Frage nochmal verwiesen, auch demokratisch war, was da stattfand. Und dass das sehr klug war und dazu kann ich echt stehen, nur mal ganz kurz. Was ist das, so ein Gründungsausschuss? Das war eben wie in der Schule, ich weiß jetzt gar nicht, da gibt es diese Klassenkonferenz, aber wer entscheidet in der Schule was? Und wer entscheidet in so einem Uni-Gründungsprozess was? Das waren eben alle Entscheidungen, wie man so eine Uni nachher erlebt. Und zwar, diese Uni, das Besondere an der Uni war eben, dass das ein anderer Prozess war. Der war demokratisch, die hatten eingerichtet einen Ausschuss bestehend aus 15 Mitgliedern. Fünf waren Professoren, hoch angesehen, natürlich, Professoren sind immer hoch angesehen. Fünf wissenschaftliche Mitarbeiter, auch angesehen und fünf Studierende, nicht so angesehen. Aber diese 15 kamen von der Pädagogischen Hochschule, von Göttingen, von der Uni, von Hannover, von der Uni und von Braunschweig, von der Uni. So müsst ihr euch das vorstellen, die erfahrenen Menschen aus Niedersachsen, die also an einer Uni tätig waren und dann auch einige von der Pädagogischen Hochschule, die haben, das nannte sich damals Drittelparität, da war eben der Sinn war, wir wollen alle beteiligen. Und nicht nur, wie es heute ist, muss ich auch kritisch sagen, ist jedenfalls meine Meinung, die Professoren also wieder im Elfenbeinturm sitzen, wie ja damals auch. Aber hier sollte ja eine Reformuniversität gegründet werden und da war das eben gleichberechtigt. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, interessant. Und gab es da auch irgendwelche Konflikte, wie zum Beispiel bei der Namensgebung? Ja, die Namensgebung. Also es hat ja ein Student, kennt ihr vielleicht hier aus Osternburg, das war Hans Henning Adler, der war damals Student in Göttingen und hat auch beim Gründungsprozess mitgemacht. Der hat vorgeschlagen, ein Student hat vorgeschlagen, die Uni nach, die wollen wir nach Karl von Osjetzky, dem Friedensnobelpreisträger und Gepeinigten in Esterwegen hier oben. Das lohnt sich auch da mal hinzufahren nach Esterwegen, das ist eine ganz, ganz großartige Gedenkstätte. Der hat jedenfalls vorgeschlagen, diese Uni soll Karl von Osjetzky Uni heißen. Alle, natürlich die Oldenburger, ganz schrecklich, was das denn? Was sollen wir denn mit Karl von Osjetzky? Keiner kannte Karl von Osjetzky ja. Die Nordwestzeitung hat eine Umfrage gemacht. An der Umfrage hatten sich ganz viele beteiligt. Karl von Osjetzky wollte, nicht niemand, aber die wenigsten und man, die Uni sollte einfach nur Universität Oldenburg heißen. Also insofern, wie war noch die Frage? Ob es da irgendwelche Konflikte gab? Das war ein Konflikt, ja. Und nicht der Konflikt war in dem Gründungsausschuss oder später in der gegründeten Universität Oldenburg, sondern mit der Landesregierung. Die wollte das nicht. Keiner wusste, ein Grund dafür wurde nicht genannt. Die wollten nicht, dass die Uni diesen Namen bekommt. Das war auch wieder zu links. Die hatten dann immer gesagt, der Karl von Osjetzky war auch ein Kommunist. Das war kein Kommunist, das war ein Demokrat. Sozialist vielleicht, aber mit dem Kommunismus hatte der Null am Hut, der Karl von Osjetzky. Und ja, insofern kann ich nur sagen, dieser 19, das müsst ihr euch vorstellen, 19 Jahre war das verboten, dass die Uni sich so nennen durfte, hat sie dann auch nicht. Also in Urkunden und in Schreiben und so weiter musste immer Uni Oldenburg geschrieben werden. 19 Jahre lang. Und dann gab es tatsächlich die Übergabe dieses Namens. Durch wen? Wer weiß das? Durch wen? Schröder hat dann den Namen verliehen. Der spätere Bundeskanzler, der war ja hier Ministerpräsident in Niedersachsen. Und der ist gekommen, hat es eine große, sehr große Feierlichkeit gegeben. Und der Name wurde verliehen. Sogar war die Tochter von Karl von Osjetzky, Rosalinde, die war auch anwesend. Und da hat der Schröder, sehr, sehr klug, hat er sich entschuldigt bei der Tochter, dafür, was ihrem Vater, hat er gesagt, angetan wurde. Hier von der Politik. Also die wohnte in, ich glaube, Schweden oder so. Die war angereist und das war eine sehr, sehr, ich war bei dieser Feierstunde dabei. Das war eine sehr, sehr angenehme und schöne Veranstaltung. Reicht. Ja, Sie wirken heute auch immer noch sehr motiviert. Und dann wollte ich Sie mal fragen, du wirkst heute immer noch sehr motiviert. Dann wollte ich dich mal fragen, wie du dich heutzutage noch engagierst. Oh, das ist eine gute Frage, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man 75 ist, ist man schon ziemlich lange aus dem Dienst ausgeschieden. Und ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, was dann wohl auf mich zukommt, weil ich sehr auch bis zu, ich war dann ja 40 Jahre an der Uni tätig. Also erst im Gründungsausschuss und dann war ich selber an der Uni tätig, immer im Bereich der Service für auch die Studierenden. Also ich habe immer, mein Herz hing immer an den Studierenden. Und ja, wo habe ich mich engagiert? Das habe ich mir dann überlegt, dass ich Gemeinschaft brauche. Das war immer so Thema in meinem Leben. In meinem Leben war Thema immer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft war die Uni, an der ich gehangen habe. Und dann fällt das weg. Und dann kannst du auch nicht als Pensionärin da immer auftauchen. Dann sagen die, was will die hier schon wieder? Also insofern musste ich mir dann was anderes überlegen. Und da habe ich mir überlegt, so ein Wohnprojekt wäre nicht schlecht. Und habe dann ein Wohnprojekt gegründet. Das gibt es seit 2015 in Eversen. Kaspershof heißt der. Und da ich so ein Fan, und das ist auch mein Hobby, kann man vielleicht sagen, obwohl Hobby, ja, ist Kino. Und dann habe ich einen Förderkreis des Cineca gegründet. Und wo ich auch noch dran hänge, ist das Thema Flüchtlinge und Migration. Und da habe ich mit gegründet, Deutsch-Syrische Gesellschaft Oldenburg, die es auch immer noch gibt. Den ist nicht so bekannt. Aber der Krieg in Syrien hat mich sehr, sehr berührt. Und das ist ein ganz kleiner Verein. Und die Hälfte sind Deutsche, die andere Hälfte sind Syrer. Und wir arbeiten zusammen. Und da bin ich zweite Vorsitzende dieses Vereins. Also ich musste dann irgendwie, das war ja jetzt die Frage, irgendwie was weitermachen. Das waren so die Themen, die mich auch interessiert haben. Ja. Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wünschen dir noch sehr viel Kraft für die Zukunft. Ja. Vielen, vielen Dank nochmals für die Einladung. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt und jetzt so spontan auch diese Fragen formuliert habt. Und ich wünsche euch für euren Bildungsweg alles, alles Gute. und eventuell werdet ihr ja auch Studierende dieser Universität. Mich würde es freuen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.